Im Leichtathletik macht man verschiedene coole Sachen. Manchmal rennt man, mal gemütlich und langsam, mal schnell, mal viel schneller und manchmal vielleicht sogar schneller als die Sambo. Auch das Sprengen ist ein wichtiges Element im Leichtathletik. Mal hoch hinaus, mal weit nach vorne. Noch weiter in die Ferne kommt man am Ende Disziplin Wurf. Am klassischsten ist da wohl der Ballwurf. Da ist es dann schon ein bisschen komplizierter, mit einer Diskus-Scheibe zu werfen. Oder mit einem Speer und sich so zu fühlen, wie ein alter Steinzeitmensch auf der Jagd. Und wenn sie versuchen, eine schwere Kugel wegzustoßen, macht auch Spaß. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, einfach irgendwas zu nehmen und versuchen, da mitzuwerfen. Zum Beispiel einen Tjaka. Bei den vielen verschiedenen Disziplinen ist für jeden was dabei. Es sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Verbessern. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.